Jeder kennt sie und die meisten mögen sie auch. Und diesen Januar haben wir eine ganz besondere Erweiterung für unsere Microfighter-Sammlung bekommen, nämlich ein Schiff, auf das viele schon so lange gewartet haben, nämlich die Razorcrest. Ein bisschen schade ist nur, dass dieses Schiff irgendwie gar nicht so richtig aussieht wie die Razorcrest. Aber dafür habe ich eine Lösung, keine Sorge. Die Razorcrest ist der Transporter des Mandalorianers und ist bis jetzt dreimal rausgekommen. Einmal als Minifiguren-Version für 130 Euro und zweimal dann als kleines Mini-Build in einem Adventskalender. Viele hoffen momentan auch noch auf eine große UCS-Version des Schiffs, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Dieses Set hier kostet 10 Euro und ist damit das günstigste Lego Star Wars Set aus der neuen Welle von 2022. Ein bisschen ärgerlich ist nur, dass wir in dem Fall keinen Gegenspieler haben, wie sonst fast immer bei den Microfightern, sondern dieses Schiff komplett alleine fliegen muss. Ein guter Vorschlag, den ich online öfter mal gelesen habe, wäre zum Beispiel der Moff Gideon oder ein Darktrooper mit dem Lightcruiser gewesen. Wie cool ist das denn? Vor dem Unboxing noch ein kurzer Blick auf die Packung selbst. Wir haben hier natürlich die Razorcrest in Angriffsposition. Wen sie nun abschießt, das wissen wir nicht genau, weil es gibt ja kein Gegenstück dazu, aber zumindest schießt sie hier gerade irgendwas. Wir haben natürlich auch die neuen Startshooter mit dabei, die werden hier vorne natürlich perfekt gezeigt. Im Hintergrund haben wir dann diese Steinformation aus Mandalorian Staffel 2 und links den Namen des Microfighters und die Setnummer. Und der Name ist relativ interessant, weil die Razorcrest, das ist eigentlich ein geschützter Name gewesen bis vor kurzem anscheinend. Und ich habe leider nichts darüber rausfinden können, wenn ihr irgendwie was darüber wisst, warum es hier möglich war, den Namen The Razorcrest drauf zu schreiben, weil im letzten Fall gab es da einige Lizenzprobleme bei Lego. Oben links natürlich das Lego Star Wars Logo und dann auch der typische Streifen, den wir jetzt bei jedem einzelnen Lego Star Wars Set aus dieser 2022 Welle finden. Auf der oberen Seite haben wir dann natürlich den Mandalorian himself, auf der Seite allerdings die gleiche Ansicht wie vorne auch. Das ist ein bisschen enttäuschend, normalerweise haben wir da nochmal eine andere Ansicht von irgendwie so einem Flieger. Sieht gar nicht schlecht aus, aber ich dachte so zumindest nochmal ein anderes Bild da drauf zu packen wäre möglich. Und auf der Rückseite sehen wir schon, da ist nochmal so ein bisschen Staffel 2 geteased, weil da steht er dann hier. Und ich kann ganz ehrlich sagen, das ist nicht die beste Szene, die man hätte für dieses Raumschiff wählen können, weil ich möchte mal an dieser Stelle spoilern, ein paar Sekunden nachdem dieses Raumschiff da landet, wird es auch in die Luft gesprengt. Ich weiß nicht genau, warum sie diese Szene hier unbedingt mit drauf drucken mussten. Das Unboxing ist relativ entspannt, nur dass wir in dem Fall dem Mandalorianer seinen Kopf ein bisschen abhaken müssen. Das tut mir ganz toll leid, Mando. Aber wir holen hier natürlich die typischen zwei Tüten raus, wie das bei allen Microfightern eben so ist. Und dann auch eine kleine Anleitung. Und in dem Fall ist es wieder sehr, sehr cool. Wir haben nämlich die Anleitung wieder mit einem QR-Code versehen. Das heißt, wir können sie ganz entspannt in der App bauen und ihr wisst, wie doll ich das liebe. Und damit folgt auch schon die einzige Minifigur in diesem Set, nämlich der Mandalorianer, a.k.a. Din Djarin. Und hier haben wir etwas ganz Interessantes gehabt. Und zwar wurden die ersten Bilder davon rausgebracht. Und darauf war tatsächlich hier auf der Rückseite eine andere Farbe des Mandalorianers zu sehen. Und zwar sieht es hier so ein bisschen so aus, als wäre die Rüstung des Mandalorianers eben nicht dunkelbraun, sondern ein normales Reddish-Brown. Und alle haben sich irgendwie gefreut, hey, jetzt kommt ein neuer Mandalorianer raus oder so. War aber dann nicht der Fall. Wir haben den typischen alten, dunkelbraunen Mandalorianer auch in diesem Set wieder mit dabei. Eine Sache, die auch wieder komplett alt geblieben ist, ist leider der Printfehler hier auf dem Helm. Dieses ganze Visier hier, das schwarze Ding, ist so ein bisschen weit nach unten gerutscht. Das haben wir seit Anfang an. Und irgendwie scheint das niemanden da zu stören. Und es wird auch weiterhin so produziert. Wir können hier hinten einmal sehen, das ist auf der Packung natürlich nicht der Fall. Da ist es richtig abgedruckt, so wie es hätte sein müssen. Aber hier auf der richtigen Lego-Variante, da ist es dann leider wieder fehlerhaft. Und tatsächlich auch in jedem einzelnen Set, was ich bisher hatte. Hier oben ist ja dieser Rand und da müsste das Ganze eben dann auch dran sitzen. Hinten haben wir ein Jetpack, was glaube ich farblich eigentlich auch dem Helm matchen sollte. Aber das ist eine andere Sache. Und dann haben wir noch eine Sache und die stört mich doch so ein bisschen mehr. Und zwar kennen wir mittlerweile seit 2019 das echte Gesicht von Din Djarin, a.k.a. The Mandalorian. Und ich kann es absolut nicht nachvollziehen, weswegen Lego hier immer noch kein Gesicht reinpackt. Wir haben weiterhin ein schwarzes Gesicht oder einen schwarzen Kopf von dem Mandalorianer. Die Figur an sich ist wirklich wunderschön und auch mit dem Helm auf sieht sie richtig, richtig klasse und vollständig aus. Aber dieses Gesicht, warum zur Hölle gibt es immer noch kein Gesicht? Und hier kann ich schon mal den ersten Hinweis geben, wie ihr euer Lego Set verbessern könnt oder eure Figur hier in dem Fall verbessern könnt. Und zwar holt euch einfach das Gesicht von dem lieben Cashen Endor, dessen Gesicht und vor allem dieses Rechte davon sieht nämlich einfach exakt so aus wie der Mandalorianer. Und deswegen kann ich echt empfehlen, dass ihr euch das eben einzeln irgendwo auf Bricklink oder Ebay kauft und dieses Figurengesicht hier bei diesem blöden Mandalorianer einfach ersetzt. Und damit kommen wir zum Microfighter selbst und zwar dem Ding, bei dem wirklich keiner zugeben möchte. Und dass es wirklich mag. Es sieht nämlich einfach komisch aus und ich habe wirklich lange gerätselt, woran das eigentlich liegt. Aber ich glaube zum Hauptteil sind es hier diese beiden Kanonen und vor allem das Cockpit. Und da werden wir uns gleich mal drum kümmern. Zum einen möchte ich natürlich hier durch die Funktionen durchgehen, bevor ich hier irgendwas verändere. Wir haben natürlich die beiden neuen Stud-Shooter. Die sind in dem Fall in Light-Bridge-Grey hier drin und dann mit so einem Dark-Bridge-Grey-Trigger. Und wer die Dinge noch nicht kennt, da kann man einfach draufdrücken und dann fliegt der Stud ganz, ganz, ganz weit weg. Und der fliegt auch wirklich richtig gut. Ich werde den jetzt wahrscheinlich nie wiederfinden hier. Und davon haben wir eben zwei mit dabei. Die sollen so ein bisschen diese kleinen, vierteligen Kanonen darstellen, die hier an dem Raumschiff eigentlich dran sind. Und das ist vielleicht auch ein großes Problem, was ich mit diesem kleinen Microfighter habe. Die sind einfach viel zu riesig. Und die gehören für mich einfach nicht zu den aussagekräftigsten Teilen an diesem Raumschiff. Deswegen hätte ich sie nicht unbedingt vergrößert gebraucht. Das Cockpit an sich hat wieder so ein kleines bedrücktes Teil oder bedrücktes Slope in der Mitte. Und dann können wir hier unseren Mandalorianer natürlich auch reinsetzen. Der passt da auch relativ gut mit seinem Jetpack rein. Das hat mich sehr erstaunt. Und dann sitzt er hier und es sieht natürlich aus wie ein normaler Microfighter. Nur, dass es hier vorne einfach so ein bisschen hässlicher ist. Hier unten haben wir so ein bisschen Landing Gear. Also das ist da. Das kann man auch nicht einklappen oder sonst irgendwas. An den Seiten haben wir die beiden Engines. Die kann man abnehmen, wenn man das gerne möchte. Man kann sie bestimmt auch hoch und runter klappen, wenn man da echt Interesse dran hat. Ich weiß nicht, wieso man das haben sollte. Und hinten haben wir noch eine weitere Funktion. Und zwar können wir hier die Klappe runter machen, die aber auch absolut überhaupt nichts bringt. Weil da drin ist halt nichts. Also es ist wirklich einfach nur Brick Build und innen drin ist jetzt nicht irgendwie ein Hohlraum oder so. Ich habe mir mal die Minifiguren große Version der Razor Crest hier hingestellt, damit ihr genau seht, warum ich welche Änderung mache. Ich glaube, mein größtes Problem hatte ich tatsächlich mit dem Cockpit. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Und zwar sieht es hier in dem Fall so aus, als würde das Cockpit so schräg nach oben gehen und dann kommt eine große Wand. Und das Ding ist, in diesem Fall hier haben wir das einfach nicht. Wir haben das Cockpit, aber das geht so schön slim nach hinten, dass hier einfach keine Wand entsteht. Und die einzige Lösung, die ich dafür hatte, war eben diesen Slope zu nehmen und ihn quasi so aufrecht hinzustellen, damit das Ganze auch wirklich wie so ein normaler Slope oder so ein normales Cockpit aussieht. Und wie ihr das erreichen könnt, ist er eigentlich relativ easy. Die ihr braucht statt dieser 2x3 Platte, die hier angebaut ist, eine 1x2 Platte und einen von diesen Brackets in entweder Light Blush Grey, Dark Blush Grey oder eben Dark Tan. Die 2x3 Platte ganz einfach entfernen und stattdessen den Bracket hier anbauen, sodass das Ganze eben so schön hoch steht. Und die 1x2 Platte so ein bisschen als Füller einsetzen. Und jetzt könnt ihr eben diese Cockpit-Scheibe nehmen und aufrecht hier raufsetzen, sodass es dann eben, wenn ihr es anbaut, auch wie ein Cockpit aussieht und nicht wie eine seltsame Wand, die so ein bisschen doch im Weg ist. Und ganz ehrlich, egal ob die Stud-Shooter jetzt dran sind oder nicht, das hier sieht schon mal deutlich besser aus als vorher. Da ich persönlich aber auch nicht der größte Fan der Stud-Shooter bin und gerne andere Kanonen da anbringen möchte, habe ich mir auch noch was überlegt. Und zwar haben wir hier diese kleinen Mini-Teile und die möchte ich gerne als kleine Kanonen einsetzen. Das sind ja hier solche kleinen Pfannenobjekte oder so, ich weiß es gar nicht genau. Ich packe euch hier die Nummern der Teile auch auf den Screen. Und das gleiche machen wir auch mit diesem kleinen Laserschwert, was hier in schwarz dabei ist. Und diese beiden Teile, die kombiniere ich jetzt, um eine kleine Kanone zu erhalten. Das heißt, diese beiden Teile braucht ihr dann auch tatsächlich jeweils zweimal, um diese Sache hier gleich nachzubauen. Und was ich jetzt eigentlich relativ easy mache, ist dieses Ding einfach komplett auseinanderbauen und mir die Stud-Shooter hier abzunehmen. Und das geht relativ easy, weil die echt leicht abgehen. Dann haben wir noch einmal zwei Platte, die setze ich einfach einen nach vorne, sodass das Ganze so aussieht. Und dann können wir hier unsere kleine Kanone, die wir uns eben zusammenbasteln, einfach ransetzen. Und dann haben wir hier noch so eine 1x3-Fliese. Und die kommt da einfach drauf und schon sieht das Ganze so aus versus so am Anfang. Und ganz ehrlich, keiner kann mir erzählen, dass das nicht deutlich, deutlich besser aussieht für eine Razorcrest anstelle von dem, was wir am Anfang hatten. Wir können natürlich den Mandalorianer hier wieder reinsetzen. Und ja, das ist einfach viel, viel besser als das, was wir bis eben noch hatten. Bevor wir zum Fazit kommen, noch ein kleiner Blick in die Anleitung selbst. Ich habe es ja eben schon gesagt, man kann das Ding auch in der Anleitungs-App bauen. Hier haben wir noch eine kleine Werbung dafür. Ich bin ein sehr großer Fan, also probiert das gerne mal aus, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt. Hier haben wir dann ein sehr kleines Bild von der Razorcrest. Und immer, wenn man irgendwie was baut und fertig hat, und das gilt eben auch für die Minifiguren, dann wird das hier so ein bisschen leuchtend dargestellt. Also ich weiß nicht, ob es bei der Minifigur jetzt wirklich Not getan hätte, aber hier hinten bei der Razorcrest, da ist das irgendwie schon cool, wenn man fertig damit ist und das Ding leuchtet vor sich hin. Und eine Sache, die wir eben in den neuen LEGO Star Wars Anleitungen finden, ist ein kleiner Fortschrittsbalken. Und in dem Fall haben wir hier den Mandalorianer, wie er selbst diesen Fortschrittsbalken nach vorne treibt. Ich finde das ziemlich cool, mir gefällt das sehr. Es ist eine kleine niedliche Spielerei, die ich sehr, sehr gerne sehe. Hier haben wir dann noch eine Werbung für die anderen Star Wars Sets von Januar 2022, nämlich einmal den Hoth AT-ST, der folgt dann auch demnächst hier als Vorstellungsvideo. Und dieses Set hier habe ich auch schon vorgestellt, eins der coolsten Battle Packs überhaupt. Und da haben wir noch eine Werbung für die Skywalker Saga. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher, was ich davon halten soll. Hoffe allerdings immer noch darauf, dass wir diesen Todesstellen hier oben irgendwann mal als großes UCS-Set bekommen. So, damit wird es Zeit fürs Fazit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hier ist ein wirklich, wirklich schönes Modell. Man muss natürlich immer noch ein bisschen Hand anlegen, aber ich kann ganz ernsthaft sagen, das ist bei den Microfightern fast immer der Fall, dass da irgendwelche Sachen dran sind, die einfach nicht so ganz cool sind. Und meistens sind es eben auch Sachen wie die Start-Shooter hier vorne, die man dann doch gerne mal ersetzen kann. Für 10 Euro finde ich aber, man kann hier absolut nichts falsch machen. Die Figur ist wirklich, wirklich cool. Kauft euch aber unbedingt noch diesen einzelnen Kopf, kostet irgendwie 2, 3 Euro. Und dann könnt ihr den ersetzen und habt wirklich euren eigenen Din Djarin hier drin. Und seid damit die Ersten, nämlich noch vor der Firma Lego, die Din Djarin mit einem Gesicht haben. Falls ihr euch dieses Set jetzt auch unbedingt kaufen und dann eben auch umbauen möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch natürlich das Set auch verlinkt. Es handelt sich dabei um Affiliate-Links zu Amazon und Lego. Das heißt, wenn ihr darüber etwas einkauft, dann zahlt ihr nicht mehr. Aber ich bekomme einfach ein kleines bisschen davon ab. Und ihr unterstützt einfach den Kanal ein bisschen. Und falls ihr immer noch nicht genug von den Lego Star Wars Sets, der 2022er Welle habt, dann schaut auch gerne mal in dieser Playlist vorbei. Da habe ich nämlich alle Sets, die ich bis jetzt vorgestellt habe, einmal zusammengeführt. Ansonsten danke ich euch ganz herzlich fürs freundliche Zuschauen. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao.